Ne, Natururin schon wieder dran. Ich hab schon wieder ein urinfarbiger Oberteil an. Ich bin gerade wieder am fräsen. Heute ein weiterer Teil der Zehn-Tages-Wanderung. Und zwar Tag Nummer 8. An dem Tag bin ich diese Strecke gelaufen. Natürlich auch wieder den Haare-Zerhexen-Stieg. Da sind wir von Schierke über Elbinger-Rode nach Königsthütte gelaufen. Und da haben wir auch eine Distanz von 22,8 km gemacht. So, jetzt Video-Start kommt. Ne, schon wieder ein weiterer Tag kommt. Das ist voll warm im Zelt. Wir haben jetzt 9 Uhr. 9 scheiß Uhr. Gleich Start kommt. So, Start kommt. Wir haben ein scheiß Zelt abgebaut. Jetzt Start kommt. Ne, Viertel vor 10 haben wir Start gemacht. Jetzt versuchen wir zur Elbinger-Rode zu kommen. Zu gekurbeln, um da Bier zu kaufen. Ne, wir haben gerade Wasser von diesem scheiß Fluss da rausgeholt. Jetzt erst haben wir eine scheiß Socken mit diesem Wasser von gestern. Waschen mit Shampoo. Und wenn alle Socken gewaschen sind, dann hänge ich die dann irgendwie hier auf beim Laufen. Damit sie nicht trocknen. Diese Stink kommt weg. Ne, wir haben eine scheiß Hütte gefunden. Wir sind die ganze Zeit hochgelaufen. Und weil Arschloch seine Waren brennt. Und der hat seine Hose zugemacht. Machen wir hier kurze Pause. Wir haben jetzt heute 2 km gemacht. Musst du mir gepinkelt? Musst du mir gepinkelt? Hier ist ein Aussichtspunkt gefunden. Hier wollen wir hier Felsen hochklettern. Voll cool Fluss. Voll cool Fluss. 12 Uhr. Mittag fräsen. Vom Wurst. Wurst Mann. Mittag fräsen. Und erst das Bier zu saufen. Wurst. Bambi fällt. Bambi zu gefallen. Arschloch macht extra Sport. So, jetzt weiter zugelaufen. Holzbalken. Holzbalken. Noch mehr Holzbalken. Holzbalkenduft. Holzbalkenduft. Wir sind hier Elbingerode angekommen. Jetzt Geschäfte finden. Und gleich vielleicht Bier kaufen. Edeka gefunden. Jetzt Bier kaufen. Und ein bisschen fräsen. Für unterwegs. So, ich hab gerade bei Edeka Scheiße gemacht. Und jetzt haben wir eingekauft. Und hier zuerst mal hätte ich Bier trinken. Ne. Schärfen gefunden. Schärfen. Und Stinkopf an Schärfen. Dieser Scheißduft. Und verschwitzte Haare. Ne, da hinten geht Kurt ein Schubkarrenhalter. Mit Blech dran. Schubkarrenhalter. Kommt. Mit Vollfettsteinen. Ne. Äh, Schärfen mit Kruhen sind gefunden. Äh, wo Bild kommt. Äh, die machen immer huuuhuuhu. Ne, meine Scheißsocken. Ähm, die sind getrocknet. Die ich heute Morgen gemacht hab. Ähm, hier gewaschen hab. Und die riechen voll cool. Die kann ich dann, äh, morgen anziehen. Das war voll cool, das zu gewaschen. Jetzt kann ich die, ähm, einlegen. Und hier in diese Scheißhüte reinlegen. Arschloch muss seine, ähm, Reifen schon wieder heile machen. Von seinen, äh, wie heißen das Ding nochmal. Schöss Rolltasche. So, Rasur zugemachen. So ist Natur, Naturisierung. Ge-ge-ge-proerst. Ge-ge-proerst. Ich muss piekeln. Guck mal, welcher alt dran diese Lappe hat. Sogar mit einem Glühbirne. Diese, äh, Lappe hier, die sieht voll alt aus. Ne. Ähm, ähm, äh, für einige, die das nicht wissen, dieser Arschloch hier, der, äh, vor mir steht, äh, der hat, ähm, seine Mittel hat gebrochen. Und, ähm, der macht mit mir diesen Haare zur Hexensteg. Mit Scheißrucksack und, ähm, mit diesen dreckigen Scheiß, ähm, Rolltaschen. Und der trinkt, ähm, er trägt da mit seiner Scheiß linken Hand. Nur, nur mit meiner Scheiß linken Hand. Ja. Ne, äh, Ried gefunden. Ganz oben gefunden. Ried. Wir riehen da ganz oben. Oh, Scheiße, wir haben uns schon wieder verlaufen. Deswegen müssen wir jetzt noch, noch mehr KM machen. Ne, oh, Scheiße. Äh, gleich kommt Schesssonne runter. Ne, ähm, hier. Guck mal, da hinten ist Feld. Aber wir laufen weiter. Thailand. Aber, ähm, hier hat dieses Schesszelt. Oder wie das heißt, äh, hier wird hier irgendwo eben nicht vorgekommen. So, halb zehn in, ähm, Deutschland. Prost. Prost. Ähm, Herr Sofen. Damit, äh, bevor Scheiß, du, komplett dunkle kommt. Äh, wir, ähm, hier so ein bisschen, ähm, hier, Scheißzelt aufbauen. Äh, Schlafplatz. Wir haben fast 23 km gemacht. Wir bauen jetzt gerade Zelt auf. Und dann gleich grillen wir. Und da ist dieser Tag schon wieder rum. Ne, wir, wir machen jetzt gerade Grill an. Ne, Fleischbrotten. Grillfleisch mit einem Scheiß-Einfekt-Grill brauchen wir. Und dann fräsen wir das. Ge-Prost. Ge-Prost. Ja, mit, ähm, Scheiß-Grill. Und dieses Scheißfleisch ist schon fertig. Dann können wir gar nicht fräsen. Ne. Ich hab hier zwei Scheiß-Blutflecken drauf. Auf mein Scheißbein. Ähm, Moment. Der. Jetzt, ähm, ähm, hier, äh, Schnee absaufen. Und, ähm, hier in diesem Scheiß-Dreckszelt, äh, pennen wir jetzt schon wieder. Und, und, ähm, nächsten Tag weiter zuge-Laufen. Aber erst mal Scheiß-Schneeps auf. Gute Nacht, Schneeabs. Gute Nacht, Schneeabs. Ne. Das war jetzt, äh, Tag 8 gewesen. Der. Zehn-Tages-Wanderung. Beim nächsten Mal mache ich, ähm, Tag 9 der Zehn-Tages-Wanderung. Fertig. Und, ähm, und kotze das auf YouTube hoch. Äh, ich werde mal sagen, äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natur-Urin. Ich bin. Oh. Okay. 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 Vielen Dank.